Alles diese Lager von Regalern. Und der hat dann wieder eine Marke für uns. Irgendeine Marke, die später wichtig sein wird. Ist doch nicht irgendwie ein Tresor. Und dann, wenn man alle Marke hat, kriegt man eine Waffe oder eine Ausrüstung. Bällenanführer. Ich habe hier auch noch kein einziges Lager ordentlich gemacht. Die Sarabelle hat schwere Ausrüstungen. Muss der Anführer sein. Die Parampirscher gibt mir mehr Schaden. Ich würde schade, dass Eloy die Leute nicht in die Deckung hineinzieht, wenn wir von dort auch dann den Take-Optown starten. Darunter. Mal sehen, wer hier ist. Warum sieht er mich denn jetzt? Sie sind erledigt! Nein! Ach, und schon wieder verkackt. Wir sollten sie lieber aufspüren. Nein! Ich sehe dich! Nein! Plündern! Dann eben doch, Krawall! Ach. Ich bin! Hm. Ich bin! Ich bin! Das ist richtig. Bist du? Ich bin ein Wettführer, sollten die Rebellen von dir verschwinden. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Ich habe die Marke. Fragezeichen? Das ist jetzt auch das erste Rebellenlager, wo ich nicht alle besiegt habe. Eine Drohne. Ich habe schon ein paar Drohnen nicht in Videoform, aber wenn wir sie schon mal in der Nähe haben, dann nehmen wir sie auch mit. Es war einfach nur die Drohne, die gescannt wurde. Da oben, da kriegen wir sie. Da oben, da oben. Da oben. und glühen grad glanz fragment damit kriegen wir jetzt den sperrfall aufgerüstet ich werde die sammelobjekte nur gesammelt immer abgeben ich werde das alles in einem video schneiden so nächste station brennsperr dann wir ja beim ersten mal nur aufs dach geklettert